Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video und ich möchte dich warnen vor einem ganz, ganz, ganz gefährlichen Trend. In dieser Trend wird mehr Menschen wirklich ins Verderben, in den Abgrund, in die Tiefe ziehen und bringen, weil sie gar nicht vorbereitet sind auf das, was auf sie zukommt. Denn das, was gerade passiert, bedarf einer gewissen Erklärung meinerseits, wie ich es wahrnehme. Dieses Video ist zu 100% Judgment-free, gleichzeitig 100% Judgment, weil es ist einfach zu 100% subjektiv, was ich jetzt erzählen werde. Das ist meine eigene Wahrnehmung, es ist meine eigene Realität, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun und mit dem, was richtig oder falsch ist oder sonst was, sondern nur, wie ich das gerade sehe und wo ich glaube, dass es eine gewisse Warnung bedarf. Ich habe es in einem Video vorher schon erklärt und falls du es noch nicht gesehen hast, irgendwo werden wir es markieren, wo ich so ein bisschen erklärt habe, Schema F, man kann nicht jeden Menschen über einen Kamm scheren und dass so bestimmte Muster entwickelt wurden, an die Menschen helfen, aber auch Menschen zum Scheitern bringen und dass es einen neuen Trend gibt. Und dieser neue Trend nennt sich Spiritualität, Esoterik. Und hier haben wir, habe ich ein ganz großes Problem mit, ich erkläre es dir nämlich warum. Spiritualität, Esoterik gibt es schon ewig, das gab es schon ganz lange, bevor ich überhaupt auf der Welt war. Da haben schon schlaue Köpfe Bücher geschrieben über das Gesetz der Anziehung und Gesetz der Resonanz und was das Unterbewusstsein oder Unbewusstsein, der eine nennt es so, der andere so, mit einem machen kann, wie es das Leben positiv verändern kann. Und das hat alles was mit dem eigenen Glauben, der inneren Ausrichtung und Haltung zu tun. Und das ist wie die Matrix ein großes Hasenloch, was unendlich lang tief ist, weil Esoterik und Spiritualität vor allem, ich weiß, das eine hat mit dem anderen vielleicht nicht wirklich was zu tun, aber ich möchte es mal einfach halten. Wenn du dieses Hasenloch hier mal so runter gehst, dann hat es permanent gefühlt jeden Millimeter eine neue Abzweigung, wo es hingeht. Die einen sind voll in Sternzeichen drin, die anderen sind voll in Numerologie drin, die einen sind voll drin in Ayahuasca Sessions und Rapé Sessions und DMT Sessions, die anderen fangen an mit LSD und Pilzen, die anderen sind voll drin nur zu meditieren, die anderen machen nur Breathwork, die anderen machen Vipassana, die anderen gehen hin und machen Darkness Retreat. Also es gibt tausend verschiedene Optionen und Möglichkeiten, die sich alle unterscheiden. Dann gibt es noch Bazi, dann gibt es noch Human Design und was es nicht noch alles gibt. Und alles findet so einen genialen Anklag und ist wirklich auch so geil. Also wirklich, jeder Einzelne, der diese Themen vermarktet, ihr seid einfach Füchse, denn Menschen wollen unglaublich gerne eine Sache wissen und zwar mehr über sich selbst. Sie wollen die Welt erklärt bekommen. Sie wollen die Antwort auf alle Fragen dieser Welt haben. Und ich sag dir mal was. Stell dir mal vor, du hättest alle Antworten auf alle Fragen, die du hast, jetzt schon. Also du wüsstest die Antwort, die wäre einfach da, die wäre einfach präsent. Okay, du wüsstest jetzt schon alles auf jede Frage. So, was wäre dann? Der Spirituelle würde sagen, dann kannst du dich auflösen, weil dann hast du ja keinen Grund mehr hier auf der Welt zu sein. Und weil dann weißt du ja schon alles. Du hast dann ja schon jegliche Erfahrung in dieser Inkarnation gesammelt. Und das ist aber auch der Punkt, das Leben wäre dann witzlos ein bisschen. Das wäre langweilig. Du wüsstest ja schon alles. Du hättest ja keinen Grund mehr hier zu sein. Und Menschen wollen es aber trotzdem. Und wenn jemand einen neuen Weg aufzeigt, ein neues Vehikel aufzeigt, eine neue Möglichkeit aufzeigt, mehr über sich selbst zu erfahren, mehr über sich selbst zu verstehen, mit sich selbst mehr im Reinen zu sein, zu lernen, mit schlechten Gefühlen umzugehen oder sonst was, mit Missbräuchen umzugehen etc. pp. Dann sind Menschen hellhörig, bereit, auch Geldbeutel zu zücken, dabei zu sein und sich da auch voll zu vertiefen. Und das ist ganz wichtig. Ich habe, 2018 hat das angefangen, in meinem Dunstkreis so die Kreise zu ziehen. Hey, wir meditieren jetzt mehr. Hey, lasst du uns mal Vipassana machen. Also ich gehe nicht auf die einzelnen Sachen ein. Das findet ihr auf anderen Kanälen. Boah, hast du schon mal LSD genommen? Hast du schon mal ein Asset probiert? Hast du schon mal ein Magic Mushroom genommen? Hast du schon mal Ayahuasca gemacht? Hast du schon mal Grappé genommen? Hast du schon mal das gemacht, das gemacht? Und ich habe immer so ein bisschen Abstand davon gehalten. Weil ich habe da einfach einen gewissen Respekt vor. Ich habe das halt einfach beobachtet, wie bestimmte Menschen in meinem Umfeld angefangen haben, bestimmte Erkenntnisse zu sammeln, bestimmte Dinge zu tun und vor allem auch immer tiefer und tiefer so in die Spiritualität reinzukommen. Und ich merke, dass es jetzt, dass es angefangen hat, dann so ein, der eine YouTuber hat angefangen davon zu erzählen, der andere hat angefangen davon zu erzählen, der andere hat angefangen davon zu erzählen und immer mehr Influencer und sonstige Menschen, die von jetzt auf gleich sich in eine ultra krasse Anspannung begeben haben. Also in eine Position, wo sie ultra erfolgreich sind und mega viel geschafft haben, viel Verantwortung hatten etc. Auf einmal komplett gebrochen sind, aufgegeben haben, aufgehört haben, bestimmt also auf Social Media präsent zu sein, generell irgendwie präsent zu sein irgendwo. Und dann von jetzt auf gleich kam immer ein Comeback. Und dieses Comeback war plötzlich mit spiritueller Erleuchtung verbunden, weil sie sich einsam gefühlt haben, weil sie sich schlecht gefühlt haben, weil es ihnen nicht gut ging und sie einen Weg gefunden haben, Mittel gefunden haben, damit besser umzugehen, indem sie jetzt eben die Esoterik oder die Spiritualität für sich als Vehikel gefunden haben, um mehr über sich selbst zu verstehen, mehr über sich selbst zu lernen. Und genau einen gleichen, ähnlichen Weg bin ich auch gegangen, insofern, dass ich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, dass ich angefangen habe, mal mit Medien zu sprechen und, 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 um mir einfach mal ein Bild davon zu machen, um mein Weltbild etwas zu erweitern. So. Und die, das Gefährliche daran ist, dass es sehr, sehr süchtig machend ist, sich mehr damit zu beschäftigen, weil es sehr, sehr schöne, tolle, viele Erklärungen für einen hat, wie man mit bestimmten Themen umgeht, wie man sein Leben besser für sich gestalten oder gestalten kann. Nur der entscheidende Knackpunkt ist, den die meisten Menschen vergessen, ist, dass halt nur deine Realität und deine Wahrnehmung in diesem Moment die einzig Relevante für dich und dein Leben ist und nicht die von anderen Menschen zu diesem Zeitpunkt. Und dass auch nur deine Gefühlslage eine gewisse Relevanz hat, also auch die einzige Relevanz hat für dich und nicht die von anderen Menschen. Und, dass ganz viele halt hoffen, ausschließlich sich damit zu beschäftigen, ausschließlich zu meditieren, irgendwas zu reinigen, ständig Ayahuasca-Sessions zu machen, dass sie sich dadurch plötzlich alles auflöst und sie nichts mehr tun müssen und das irgendwie so eine Wiedergeburt für sie ist und sein kann, wie es auch einige Leute beschreiben. Sie vergessen aber dabei, dass eine gewisse, dass auch noch eine reale Welt hier existiert, in der sie auch existieren, in der sie auch existent sein müssen, sein dürfen und in der auch gewisse Handlungen und Aktionen, Kommunikation etc. folgen muss, damit sich auch etwas verändert. Weil die meisten stürzen sich dann in dieses Thema und wundern sich, warum sich halt nicht viel bei ihnen verändert, weil sie sind doch jetzt spirituell geworden und meditieren doch jetzt die ganze Zeit und haben doch Ayahuasca gemacht. Warum verändert sich nichts? Fakt ist, dass es diese ganzen Mittel sind alle nur ein Spiegel für dich, der dir bestimmte Dinge über dich selbst aufzeigt, an denen du arbeiten darfst, wenn du das möchtest. Und gleichzeitig ist es auch einfach nur eine Möglichkeit, dein Weltbild zu erweitern, was aber nicht verhindert, dass du etwas dafür tun musst, dass du in eine gewisse Umsetzung kommen musst und dass du auch nach der 100. Ayahuasca Session und ja, ich kenne Menschen, die schon so viele Ayahuasca Session gemacht haben, auch noch nicht Gott gesehen hast und erleuchtet bist und verstanden hast, wie alles funktioniert. Und es auch Menschen gibt, die solche Hilfsmittel und auch generell dieser Trend ins Verderben reißt, weil sie völlig den Anschluss an die Realität verlieren und weil sie irgendwann gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und deshalb ist das wirklich eine Warnung, vor allem für Menschen, die mental vielleicht nicht ganz auf der höchsten Höhe sind, die da ein paar Schwierigkeiten haben auch und die für sich auch es schwer haben, generell immer wieder Antrieb zu finden und motiviert zu sein und ins Handeln zu kommen und Eigenverantwortung zu übernehmen, dass sie vielleicht davon ein bisschen Abstand nehmen sollten und erst mal in der echten, realen Welt klarkommen sollten, bevor sie anfangen, dort reinzugehen und dort was zu machen, weil das bedarf einfach einer gewissen mentalen Kapazität, einer gewissen mentalen Auffassungsfähigkeit, also Aufnahmefähigkeit, Umsetzungsfähigkeit, einer gewissen Stärke, einem gewissen Willen, einer gewissen Disziplin, auch einem gewissen sich rausziehen können und nicht so krass extrem reingehen, a la das ist es und so muss es sein und so ist es immer, also da nicht so extrem zu werden, um einfach dieses Thema vernünftig in sein Leben zu implementieren. Wichtiger Disclaimer, das ist nur meine Meinung. Aber dadurch, dass mehr Influencer anfangen, das Thema zu propagieren, dadurch, dass mehr Menschen, Magazine etc. diese Themen aufgreifen, finde ich es wichtig, da einfach mal meinen Senf dazu zu geben und einfach auch mal zu sagen, hey, Freunde, ihr müsst es differenziert betrachten, es ist nicht der Holy Grail, es ist nicht das, was dich aus allem rausholt etc. Es ist ein geiler Weg, es ist ein mega Weg, es ist auch ein Weg, der mich mit weiter begleiten wird und begleiten darf. Aber du solltest trotzdem da einfach gewisse Bedenken, gewisse Vorsicht für dich walten lassen und ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Ich glaube, das waren alle Gedanken, die ich dazu teilen wollte. Weil mir ist wichtig, ich möchte nicht Influencer oder andere Menschen bashen und sagen, die sind doof, dass sie das teilen oder propagieren, weil ich finde es wichtig, dass so wertvolle Informationen an mehr Menschen gelangen. Nichtsdestotrotz sehe ich auch auf einer Seite, wie diese Menschen sich eine gewisse Absolution darüber holen wollen und eine gewisse Vergebung von der Öffentlichkeit für gegebenenfalls vergangene Dinge, die sie getan haben, Dinge, wo sie mit sich selbst nicht mehr im Reinen sind, indem sie jetzt diese Seite von sich zeigen und das auch so stark propagieren und sagen, hey, das ist es und das ist super geil und das kann dir helfen und das wird dir helfen und hast du nicht gesehen. Weil vor allem die ersten ein, zwei, drei Wochen, vier Wochen, nachdem man bestimmte Erfahrungen gesammelt hat, wie Vipassana, Dark Retreat, DMT, Ayahuasca, Acids, Pilze etc., da ist man halt noch so voll in so einem krassen Self-Love-Mode. Jetzt kannst du dir vorstellen, als ob du gerade frisch verliebt bist und man sieht alles so super einfach und super geil, aber das hält nicht an. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das hält nicht an. Die sind dann wieder raus, sie kommen dann wieder in der Realität an. Das ist dann einfach ein anderer Vibe, ein anderer Touch und deshalb ist das auch wichtig, immer wieder, auch bei mir, wenn du dir Videos anguckst, wenn du dir Informationen ansiehst, dann frag dich immer, was hat dieser Mensch davon, dass er diese Informationen jetzt gerade mit mir teilt. Was hat er davon, wenn ich sie übel nehme? Was hat er davon, wenn ich sie positiv spreche? Und was habe ich vor allem davon? Was kann ich daraus machen? Und das ist das, was ich so wichtig finde, denn ich habe für mich so eine, sagen wir mal, so eine gewisse Glasscheibe hier aufgebaut, kann man sagen, wo ich, wenn ich Informationen kriege, also mir Videos anschaue, mir etwas durchlese, mit jemandem rede, dass ich nicht sofort alles eins zu eins übernehme, was ankommt, sondern dass hier so eine gewisse Glasscheibe einfach ist und ich diese Informationen hier oben in meinem Dunstkreis lasse und mir angucke und mich frage, okay, die Info finde ich cool, die nehme ich auf, damit bin ich nicht d'accord, das möchte ich nicht aufnehmen, das würde ich gerne hinterfragen, das sind zwei, drei gute Ideen, die möchte ich auch aufnehmen, damit bin ich auch wieder nicht cool. Und dann, dass du da anfängst, einfach zu schauen, was kannst du für dich mitnehmen und was kannst du für dich umsetzen und was auch deinen Zielen, deinen Werten gegenüber einstimmt und was dich auf deinem Weg begleiten, unterstützen kann. Genau, aber auch immer so ein bisschen die Agenda von anderen Menschen zu hinterfragen, weil, ne, man, da stehen immer diverse Punkte dahinter, ich möchte niemandem was Böses unterstellen in irgendeiner Form, aber Fakt ist, wir sind alle Egoisten und wir, genauso wie ich dieses YouTube-Video hier gerade mache, weil ich erstens Bock habe, darüber zu reden und auf der anderen Seite, weil ich Bock habe, an mehr Reichweite zu kommen und Lust habe, dass mehr Menschen später bei mir Kunde werden und ich mehr Geld verdiene, hat jeder seine eigene Agenda, die er irgendwo verfolgt, aber wenn ich das paaren kann, indem ich coolen Content liefere und Menschen was Positives mitgeben kann, was sie für sich mitnehmen können, bin ich fein damit. In dem Sinne, schreib deine Gedanken mal zu dem Trend, ob du den auch schon erkannt hast und bemerkt hast und siehst, wohin das geht, mal in die Kommentare unten rein, was du so dazu denkst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, teile es mit mit jemandem, den es interessiert, mach ein Foto davon, von dem Video gerade, poste es in dein Insta-Story, markiere mich und ansonsten alle weiteren Links und weißt ja nicht was, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, etc. Findest du unten in der Beschreibung, klick dich mal durch, trag dich ein und ich freue mich da auf dich im nächsten Video zu sehen. Das war es von mir, dein Nick, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.